Hallo, euer Kapo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Wellens. Heute ohne Bild, denn ich bin immer noch im Urlaub, wollte aber trotzdem mit euch oder für euch ein kleines Opening aufnehmen, wo ich probiere einmal Kapitän Reeve zu bekommen und ein Traum wäre natürlich Hex, da ich ihn noch nicht habe. Wenn ich jetzt aber Silly Toon nochmal bekomme und sich erwecken kann, würde ich das auch okay finden. Razak brauche ich jetzt nicht unbedingt, von daher wäre er bei mir jetzt eher hinten angestellt. Wie gesagt, Hex wäre natürlich ein Traum und hier bei den normalen Beschwörungssteinen, bei dem blauen wäre natürlich Kapitän Reeve mega. Ich würde sagen, fangen wir bei Reeve an, 11 Beschwörungen können wir machen, 11 Zehner Beschwörungen und dann fangen wir an und probieren ihn zu bekommen. Vom Pitti müssten wir noch weit entfernt sein, von daher, darauf können wir nicht hoffen. Aber vielleicht haben wir mal Glück, in der letzten Zeit hatte ich relativ oft Glück, dass wir bei 50, 60 Splittern schon einen Leggy hatten. Von daher ist das wirklich, ja, war jetzt in den letzten Monaten nicht so verkehrt, von daher hoffen wir mal einfach, dass ich wenigstens ein Leggy bei 110 Splittern dabei habe. Und dass das natürlich Reeve ist, wäre natürlich ein Traum. Wieder nicht goldig. Schade, schade. Aber wir haben noch ein paar, das ist wieder nur blau. 50 haben wir noch, 5 mal können wir noch. Nee, wieder nicht. Aber jetzt kommen wir goldig. Dreimal miteinander blau, das heißt, danach müsste doch eigentlich wieder was Goldenes kommen. 4 mal, also 40 blaue. Wahnsinn. Schon lange nicht mehr gehabt, so schlecht. Ohne ein epischen dabei. Und wieder. Es ist ein Wahnsinn. So, letzten 10. Und nicht mein Leggy dabei. Traurig, traurig. Aber ich würde noch ein bisschen weiter gehen, ich habe ja noch ein paar Diamanten angespart. So, dass wir wenigstens bis zum ersten Leggy, den wir bekommen, gehen. Ah, nein. Wenn nicht, kann ich mir immer noch nachher, ich habe eigentlich genug Diamanten, dass ich die 250 Beschwörungen vollkriege. Von daher wäre das jetzt nicht das Problem, aber ich hoffe, dass er vorher kommt. Wäre natürlich super. Dann brauche ich die 250 Beschwörungen nicht abwarten. Aber ich sehe schon wieder, worauf das hinausläuft. Und so, weiter geht's. So schlecht, wie schon lange nicht mehr. Fast nur blau ist hier. Es ist Wahnsinn. Aber sehr viele blau. Das heißt, dafür können wir wieder viele Diamanten bekommen. Das ist also der einzigste Vorteil, den ich jetzt daraus schließe. So, gucken wir mal, wie viel wir haben. Wir haben 170 von 250. Wir gehen mal noch die einzelnen hier durch, die neuen einzelnen. Vielleicht haben wir Glück, dass jetzt bei den neuen ein Leggy dabei ist. Wie gesagt, der Pity war bei fast 0 gewesen. Von daher ist die Chance, dass wir jetzt bis 220 gehen, auf jeden Fall gedacht. Wenn wir nicht vorher Glück haben. Aber vielleicht haben wir nachher bei den goldenen mehr Glück. Das wäre natürlich super. So, drei Stück noch. Nein, auch nicht. Aber wir können uns Diamanten holen. Und einen haben wir noch. So, 60 müssten wir noch machen. Gucken. Los, jetzt müsste doch bald mein Leggy kommen. Jetzt sind wir an die 200 dran. Jetzt. Jetzt wird es geäußert. Und wir hoffen, wir hoffen, dass es Reef wird. Das wäre natürlich ein Traum. Los, bitte, bitte, bitte. Nein, es ist zwar ein neuer Kai, ja. Benötige ich aber leider nicht. Aber trotzdem schön, dass es wenigstens ein neuer ist. Aber Reef wäre natürlich ein mega gewesen. Aber wenigstens kein Dupe, wenigstens ein neuer. Von daher bin ich zufrieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde dann noch die 50 Splitter, werde ich in den nächsten Tagen noch definitiv machen. Oder 41 sind es ja noch, dass ich den Reef mir definitiv auch hole. So, probieren wir jetzt noch mit den 8 Splittern Hex zu bekommen. Wünscht mir Glück. Los geht's. Das war nix. Aber sieben Stück haben wir noch. Da sollte doch mindestens ein Leggy drin sein bei 8 Splittern. Alle, die in einer 15-fach Chance mit drin sind, die epischen, die kommen gerade. Ist ja erstmal ein gutes Zeichen, dass wenn ein Leggy kommt, dass dann wenigstens einer von den dreien kommt. Und im besten Fall Hex oder wenigstens Zillitu. Das wäre eins von beiden, wäre super. Obwohl Hex natürlich am besten wäre, da ich ihn noch nicht habe. Und für einen Gildenboss natürlich für mich perfekt wäre, um weiter Richtung 50k zu kommen. Da ist ein Gäuble da. Und wir wollen jetzt Hex sehen. Los, Leute. Zillitu. Sehr gut. Das war n'Dub. Aber trotzdem zufrieden, muss ich sagen. Denn Zillitu ist ein Megashamp. Nutze ich sehr, sehr gerne. Und sie einmal wenigstens zu erwecken, bin ich auf jeden Fall voll zufrieden. Aber Hex wäre natürlich so das i-tüpfelchen geworden. Aber vielleicht haben wir noch Glück. Überspringen das mal. Dass wir in den drei Splittern jetzt Hex noch bekommen. Das wäre natürlich ein Traum. Den ich dann wirklich am Gildenboss testen könnte. Zwei Stück noch. Zwei Stück noch. Los geht's. Nein. Und der letzte. Wünscht mir noch mal Glück. Los geht's. Es wird noch mal zum Schluss goldig. Los, Leute. Wenn das jetzt Hex wird, es wird Razak genau den, den ich nicht will. Schade. Echt schade. Aber man muss ganz ehrlich sagen, bei acht Splittern, zwei Leggies und zwei davon, also einmal Zillitu und einmal Razak, die in der 15er-Beschwörung dabei sind. Also 15er-Chance. Mega-Quote. Da kann man echt nicht meckern. Super. Die Quote bei den normalen blauen Steinen war natürlich nicht so hoch. Aber hier hole ich mir den Reef auf jeden Fall noch. Das ist, denke ich, nicht das Problem. Ja, es hat fast alles funktioniert, was ich wollte. Wie gesagt, Zillitu bin ich sehr zufrieden. Razak nicht unbedingt, da ich ihn nicht mehr groß nutze. Hex wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen gewesen. Aber Kapitän Weave, wie gesagt, den hole ich mir jetzt noch. Und dann hat fast alles funktioniert, was ich wollte. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat und generell meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Kapo. Macht's gut. Ciao, ciao.